So, jetzt hier mal noch. So, ah, hoi! Ciao! Tust du uns sicher über mein Outfit? So hast du mich wahrscheinlich noch nie gesehen. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass das Video ist nämlich das 50. Video. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden, auch mit dem entsprechenden Outfit. Der zweite Grund ist, ich werde der neue 10v10-Sprecher. Nein, das ist natürlich ein Witz. Der zweite Grund ist, eigentlich wegen meiner Frau. Sie sagt nämlich immer, hey, Markus, leg mal endlich anständige Kleider an, wenn die Gast unterrichten. Jetzt habe ich gedacht, leg ich mal etwas Anständiges an? Ist doch schön. Ist vielleicht etwas unbequem auf dem Velo, aber weil ich jetzt nicht mit dem Velo komme, habe ich gedacht, leg ich mal eine richtig schöne Schale an. Ich wünsche dir viel Spass, mit dem Lied, wie schön, dass du geboren bist. Übrigens, falls jemand gerade Geburtstag hat oder Geburtstag wird haben, ein ganz tolles Lied. Ich zeige die schweizerdeutsche Version und die hochdeutsche Version. Im Dossier ist es Seite 45. Viel Spass! Wie immer an dieser Stelle spiele ich die Melodie. Ich stelle euch mal den Song vor, wenn ihr auch noch nie mehr kennt. Es fängt mit dem A an auf der G-Seite. Es ist in D-Dur notiert. Du brauchst D, A7 und D als Griff und dann sollte das gut funktionieren. Also, eins, zwei, drei, vier. Hier. Hier. Der Beier . Zum Mitsingen noch die Oktave-Version, das wäre dann der 1, 2, 3, 4. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich folge da mit dem Lied, mache ganz toll das Muster. Und siehst du so, Daumen, Anschlag, Daumen, Anschlag. Vorspiel mache ich D, G, A, 7, D. 1, 2, 3, 4. Mittag, Dienstag, Mittwoch, das ist doch egal. Dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal. Heute hast du Geburtstag, darum feiert mir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir heute zusammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Die Refrain werden wiederholt und dann geht es in die zweite Ausgang. Also ich mache jetzt mal nur das. Gut, und jetzt noch die hochdeutsche Version. Ich mache das mit dem Pattern. 1, 2, 3, 4. Und zwar ein bisschen geswingt. Das wäre dann gleich. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden. Denn du strahst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Jawohl, also wenn jemand Geburtstag hat heute, viel Glück zum Geburtstag. Das perfekte Lied für den Geburtstag zu feiern. Dritte Begleitform mache ich das hier. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 1 und 4. 2 und 3, 4 und 4 und 2. Wenn du den Geburtstag gehst, doch das ist doch egal. Den Geburtstag kommt im Jahr doch nur ein Mal. Heute ist dein Geburtstag, darum feiert wir, Alle deine Freunde freuen sich mit dir, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zusammen sind, wir gratulieren dir Geburtstagskrutt. So, ich hoffe es hat dir gefallen, dass du etwas damit anfangen kannst, jetzt kann ich endlich meine Kleider abziehen, es ist doch etwas unbequem. So ein paar Stunden arbeiten im Tag wäre schon relativ anstrengend. Natürlich ein Konzert spielen, ja warum nicht, aber ich habe lieber ein T-Shirt, das ist mir noch etwas bequemer. Aber bis zum nächsten Mal und tschüss.